Hallo meine Lieben und Willkommen wieder zurück zu Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue. Eine kleine Information, also erstmal mein Name ist TheLifePost, alias D-Life und als Information noch kurz. Sollte ich in dem Spiel jetzt Game Over gehen? Egal, aus was für Gründen. Das heißt, ich habe gesagt, ich mache es so, dass ich, ähm, dass ich Offscreen dann suche und dann etc. pp. und dann alles. Und, ihr wisst ja, was im letzten Part, was ich da gesagt habe. Ich werde es auf jeden Fall jetzt so machen, jedes Mal, wenn ich kreppiere, werde ich kurz einen Cut setzen und werde den Safe State dann in dem Falle laden. Wirklich nur für diesen, für diesen Boss. Einfach, weil mir das sonst gehörig auf den Zünder geht. Also, los geht's. Hi Arschloch. Lang nicht gesehen. Au. Hüah. oh oh yes oh yes Boah Okay Das Gute Den Schlüssel haben wir Das Schlechte Ich weiß nicht mehr Wo der Turtle war 2733300 Alles klar Boah Meine fucking Fresse Ich war noch nie so froh darüber Fertig zu sein mit dem Mit der Scheiße Sag ich ganz ehrlich Unfair Äh Okay Ich muss doch jetzt ein paar Äh oder zumindest eine Pet Zumindest sammeln Das ist mir aber jetzt Ist gerade so egal Aber bei zwei Balken Das ist mir ein bisschen Zu riskant gerade Deswegen möchte ich das Übernehmen Okay Okay Ach schon besser Du solltest dich nicht treffen lassen Freundchen Aber egal Ich bin jetzt wirklich komplett bescheuert Ich bin jetzt wirklich komplett bescheuert Das hätte beinahe Das hätte beinahe schief gehen können Das hätte beinahe schief gehen können Okay Vielleicht da unten Vielleicht da unten Da könnte da vielleicht Betonung liegt auch vielleicht sein Aber da müsste ich jetzt Glück haben Und das überleben Oh fuck's sake Oh fuck's sake Oh fuck's sake Oh fuck's sake Mit deiner scheiße Mann Oh fuck's sake Okay Ich weiß, dass da unten eine Pizza ist. Deswegen gehe ich da mal eben schnell runter. So. Okay. Weg mit dir. Schnell nach unten. Schnell nach unten. Okay. Äh. Okay. Ich will leider nicht jetzt gerade so ein bisschen ruhig bin, aber ich möchte hier nicht sterben. Und wenn bin ich los? Ich sollte aufhören zu versuchen, jedes Mal da... Ich werde hier zurück. Scheiße. Ah! Ah! Ich weiß, dass du da oben bist, Freundchen. Aber den Gefallen tue ich dir nicht. Egal. Okay Presse halten und gut ist so Das nehmen wir weg Okay Den Arsch bin ich auch los Okay Von den Turtles her gesehen haben wir jetzt alle Würde ich jetzt mal sagen Jep Donatella das hast du drauf Ah Okay Blöde Drecksau Aber das ist kein Problem Das haben wir gleich Weg Okay Ähm 3-7-3-3-7-0-0 Äh Ich frage mich nur gerade was äh Donatella für eine Fähigkeit hat Ich frage mich nur noch mal Ich frage mich nur noch mal Ich frage mich nur noch mal Fuck you Fuck you Ich bin ja nur nicht komplett bescheuert Aber mich würde trotzdem interessieren was Donatella für eine Fähigkeit hat Ich frage mich nur noch mal Oh Ah, den wollte ich doch gar nicht. Ihn wollte ich. Hm. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Das ist unfair. Ja, die blöde Saug geht auch noch nach oben, ey. Ich wüsste nur immer noch gerne, was Donatello eine Fähigkeit hat. Ich bin doch zu früh. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht dabei. Ich bin doch hinter mir. Ich bin doch nicht dabei. Ich bin einfach dabei. Ich bin doch nicht dabei. Ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei. Oh Ich habe keine Ahnung, wie ich das denn bekommen habe, aber okay. Belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei einfach. Ah ne, hat er doch genommen. Ähm, ne, ich gehe da lieber runter. Oh, ich mache das. Ach so, okay. Oh, das ist so unfair, ey. Oh, for fuck's sake. Gut, viel, du willst das auf die Tour? Bitteschön. Geh mir aus dem Weg, ey. Ich hole mir die Pizza und dann es lange dauert. Das ist mir egal. Ich brauch die Pizza. So. Hau ab. Ich will da nicht runter, ich will hoch. Dankeschön. Warum krallst du dich nicht an dieser verfickten Leiter fest? Oh, so knapp. Sehr schön. Aus dem Weg. Oder falsche Weg. So. Oh mein Gott. Ich verstehe noch immer noch nicht. Ich verstehe noch immer noch nicht, was das soll. Oh fuck's sake. Ehrlich jetzt. Spiel ernsthaft jetzt. Muss ich jetzt allen Ernstes wieder runter? Nur wegen dieser... Ja, lass dich doch gleich so lange treffen, bis ich Game Over bin. Haben wir alle was davon. Sorry, aber das nervt mich gerade so ein bisschen. Wißt du, ich will nach... Ich will nach unten. Äh, nicht nach unten, nach unten. Ich stehe die ganze Zeit nach oben. Ich stehe die ganze Zeit nach oben. Beziehungsweise... Nein, ich sollte es anders sagen. Er kann es ja nicht lassen, sich von irgendwelchen Lasern gerade... ...pisten zu lassen. Und das schon die ganze Zeit. Dankeschön. Ich will doch nur nach oben. Mehr will ich doch gar nicht. Oh knapp. Will doch. Mehr will ich doch gar nicht. So, ruhig jetzt. Okay. Das hat geklappt. Dankeschön. War ja irgendwo vorauszusehen. Hm. Irgendwas stört mich hier gerade explizit. Ich meine jetzt nicht im Sinne von einer Energieleiste jetzt hier. Ist nicht das Problem. Ich muss mich hier gerade so ein bisschen... Verwirrt ist so jetzt die Tatsache, dass... Dass ich gerade momentan nicht weiterkomme. Also ich sage jetzt gerade, wo die Punkte sind. Das ist nicht das Problem. Aber... Aber ich weiß jetzt nicht... Ähm... Wie ich da jetzt... Wie ich da jetzt hinkomme. So ohne weiteres. Das ist so das, was ich gerade für... Als Problem... Als Problem sehe. Gut, dass ich dort auch eben gerade weggekommen bin. Okay. Aber das ist jetzt nicht gerade wirklich vor mich anzugreifen, Freundchen, ne? Äh, lol. Okay, ich gebe zu. Die Pizza habe ich vorher nicht gesehen. Die habe ich ohne Scheiß vorher nicht gesehen. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wenn ich gewusst hätte, dass da eine Pizza ist. Ich meine, woher sollte ich das bitte wissen. Jetzt bin ich besser. Okay. Oh, ich hasse Fledermäuse. So, bist du jetzt gerade zu dumm, um da irgendwie hochzukommen? Oder was? Oder muss ich jetzt nachhelfen? So, zur Not wechsel ich eben um. Genau, kein Problem. Ja, genau. Ich wollte hier eigentlich nicht die ganze Zeit hier Pizzen fressen. Aber hier lassen wir gerade keine andere Wahl. Ich will jetzt nur da rüber. Da hoch. Da blöden Fledermäuse den Arsch versorgen. Weg. Dankeschön. Irgendwas verwirrt mich hier so ein bisschen. Ich meine, jetzt nicht gegnertechnisch. Na, eher. Eher die Tatsache, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich meine, jetzt vielleicht um mich hier auch. Für mich. Ich bin in die Tatsache. Ja. Ich bin in die Tatsache. Ich bin in die Tatsache. Ich bin in die Tatsache. Ja. Ich bin in die Tatsache. Vielen Dank.